Übrigens, das dritte Auge läuft mit. Du weißt Bescheid. Guck mal, wie schnell die aufstehen kann. Kann sie aufstehen? Ja. Für Umarmung will ich immer zu haben. Annabelle. Annabelle, kommen wir dann dazu, wenn wir das Ergebnis wissen. Ich bin nur deswegen da. Ja, ich auch. Und wenn es bis morgen früh dauert, dann ziehe ich durch. Heute sind wir für Yugi da. Und Yugi ist für uns da. Ich will das ausziehen. Was willst du? Das ausziehen, meine kleine Schuhe. Ach so, da hätte ich gerne eine Flasche. Sag doch. Äh, du... Thorsten, dich hört meinen Funk doppelt. Oh, kann ich nichts hören. Jetzt war's gerade... Jetzt war's gerade... Jetzt war's gerade... Okay. Oh, jetzt kann ich gehen. Eine Impfung wird sie geben. Eine Impfung. Komm mal mit, mein Lieber. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Thorsten! You! Where are you? Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Mit Herstand. Ja, dann. Komm mal mit. Wir müssen mal kurz... Oh, jetzt. Digga, wir wollten nur mit Sirenen, Digga, was... Hallo, Rudi. Hallöchen! Äh... Oh, wie ist so eine Einheit... Grüße! Herzlich willkommen bei McDonalds. Ihrestens zuufestellungen, bitte. Hihihi. Hallo? Hallo? Hallöchen! ja warum seid ihr denn ich brauche keine tablette aber danke trotzdem die denn alle wir hier mit sohn trinken wobei da meinst du? ja ja gute Frage ok ok krass krass hat nichts los oder was? ist weniger los um die Uhrzeit? machen wir ehrlich ich hätte gedacht das hier bisschen was voller wäre naja naja guck mal auf der Tacho sind ja ok stimmt auch wieder late wir sind die letzte bastion meinst die letzte inflation so in der Hand ne? äh ne die letzte die ja die letzte bastion sind sie sind sie kampfmediziner oder wie? nein aber wir äh sind kampfbereit um unseren Lieder zu kämpfen bitte einmal die Maske ab äh was danke äh tschüss tschüss ich würde gerne eine Dienstbeschwerde schreiben an so einer Frau die hier arbeitet bitte einmal die Maske absetzen eine Dienstbeschwerde? thesis sicherlich kling nach dem du problem nicht nach dem wir problem aber nur wenn sie frisch gewaschen sind meine eier deckten ganz glad mein hintergrundgeräusch das ist mein mitbewohner du tust mir leid annabelle du tust mir leid dass du seit sieben jahren albträume hast das ist ja mal echt also gut küsstchen aufs nützchen küsstchen aufs nützchen küsstchen aufs nützchen danke danke einfach ruhe keine angst ich lebe dir annabelle nicht fort ich schluchte ihn nur so ein bisschen am auge ich erlebe hier täglich dinge ne aber schon krass was bei euch abgeht hier na wir warten eigentlich grad nur ab fertig eigentlich für diese uhrzeit nicht raus nee wir warten auf die wiederwahl unseres leaders also ich also ich weil das dauert weil ich bin da weil das dauert ziemlich lange ich bin da fest zur überzeugung dass das glaube ich nicht oh happy schreibt happy schreibt okay 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 Achtung an alle happy schreibt ergebnis kommt wo sehen wir das er kriegt da gleich über funk gesagt warte majestic server berlin in news still funk aber alle behaupten hörte ich nicht toll das machst du mir jetzt ich warte dann einfach 2 2 sekunden und robert schreibt doch dann sowieso wie so ein Affe happy schreibt wieder das ist kurz überlegen na so auf gleich so das was niemand erwartet hat wer vieler daniel karkauser also ich bin angespannt wie ein flitzebogen ja naja continue war vorher doch weiß governor und ist es jetzt auch nicht mehr das scheint ja auch nicht so lange gehalten zu haben oder nicht ja continue er war dann auch irgendwie jetzt irgendwie weiß ich nicht drei wochen vierzebogen und jetzt ist es auch nicht mehr aber drei wochen ne länger zwei wochen auf jeden fall ja und yuki macht das seit sechs monaten dann hat immer noch Bock top das mal naja hey happy schreibt wieder na wie läuft's so und h 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 den Namen Johanna vorlesen, als es gefunden wurde. Zwischen Ohrwurm. Ich find's halt lustig, die Leute im EMS schiebern mit, als wenn sie selbst Lieder werden würden. Weil wir einen geilen Lieder haben. Und so einen geilen Co-Lieder. Wie Spaß. Ja, richtig. Das wird nur so schleimt sein. Ich stinke ja. Ach, schau die. Hat sie jetzt verschrieben, oder was? Ja. Klar. Alvaro, du Kerl, Sexo. Ha? Was glaub du, du Kerl, Sexo? Äh, nicht so Kraftausdrücke hier, ne? Wieder da. Ich stehe hier. Boah. Er ist weg. Ich bin auch da hinten gesprintet. Und wisst du, was das Geld ist? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Oh my god. Na, so passiert das, ne? Ja, ich bin es gewohnt, dass man hier irgendwie, weiß ich nicht, so viele Leute sprechen mich mit Namen an. Und ich weiß nicht, was es ist. Oder ich seh den Namen auch, aber denk mir trotzdem, wer bist du. Hebi schreibt wieder. Es ist und bleibt Yugi, herzlichen Glückwunsch an Yugi Muto, unser neuer Leader. Ja! 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 Juuugi! 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 Ja! 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 Wow! Geil! Der ist der ist leader Ja Ja Kein Thema Geil Geil Ja 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 Ich versteh's. Tut mir leid, aber ich versteh immer noch, was die mit Yugi auf die 1 meinen. Nicht, weil Erik kommt wohl schnell. Mega, mega. So, ich brauch hier nen Pflaster, ne? Wichtiger Kunde hier, ne? Ich brauch hier nen Pflaster. Ja, natürlich. Ja! 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 Ja, der kann sterben von mir aus. Hey, ihr Gefangenen. Grüße. Und die Idioten am Tanzen hier. Wir haben nicht an Arbeit, ne? Ich sterb da draußen halber, ne? Und sie, und sie, und sie, und sie, es kann sie mir, und die Haarschlecker würden sie. Geil. 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 Oh, will ich verkündigen? Du weißt, dass ich das jetzt vorfrage, wenn du mir schwächen willst. Ich bin der Lachsmeier. Ich bin der Lachsmeier. Mach die Scheiße, ja. Nein, wir feiern Lachsmeier. Wir feiern, Herr Lachsmeier. Herr Lachsmeier, lass uns. Juhi hat auch gerade die Wahl gewonnen. Verstehst du mich? Wer hat gewonnen? Juhi. Das ist der Wiederlieder. Ja, natürlich. Wir feiern. Wir haben gerade bestätigt bekommen. Äh, dass wieder ein Scheiß-Lieder noch länger ist, oder? Sag, du bist selber scheiße. Ey, Sweetie Feet, grüß dich. Hi. Ja, hallo. Gut. Alles gut bei dir, Sweetie. Ja, das ist gut. Hey. Hey, stopp. Du bist der Idiot. Du bist der... Ja, das ist gut. Du bist der Idiot. Komm so, wirst du das? Ja, das ist gut. Erke, wirst du das? Ja, das ist gut. Du bist der Idiot. Ja, das ist gut. Du bist der Idiot. Ich bin der Idiot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich habe jetzt, ich habe Rudi, Rudi, und ich habe alles erreicht, was ich mir hätte wünschen können. Ja, ich habe dich dazu... Äh, lass Rudi in Ruhe, lass Rudi in Ruhe, okay? Rudi, ich habe gerade noch was trinken. Wenn du jetzt hier noch herastlos am Nerven bist, dann reicht's, okay? Äh, die 24 Stunden sind noch nicht rum. So, ich bin hier gerade aufgewacht, weil ihr Medics hier am Tanzen wart, anstatt draußen Dispatch anzufahren, ne? Äh, das klingt nach einem Du-Problem, nicht nach einem Wir. Meld dich, ne? Meld dich. Na, äh, vielleicht bringt dir einen... Ich gebe dir sogar gratis, ne? Nö, ich gebe dir gratis einen Elektroschock und verweise dich des Hauses erneut. In der Presse, halte die Frenzen, mein Gott. Ja, aber selbstverständlich, erst mal werde ich sie heilen. So, ähm... Ne, nix, kleines... Ne, nix, kleines... Paramedic, willst du die Sicherheitskontrolle von hier? Ich bin Betriebsarzt, also weiße Hose wie ein Arzt, Oberteil wie ein FBI-Agent, aber Betriebsarzt, also was machst du? Warum kein Kickel? Weil ich, weil das so ein Betriebsarzt anhat. Ah, 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 okay, okay. Oh.